Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße euch auf dem Kanal Magic Fruit Deer und willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter Call of the Wild, The Nature is Wild, The Nature is the Mississippi Ich weiß immer noch nicht wie es geschrieben wird und The Nature is the Virginia Whartle Mertle Ja wir sind heute hier auf Mississippi unterwegs und wartet kurz, ich setze mich mal eine Sekunde kurz hin Soll nicht, dass wir runterfallen, perfekt, wir gehen heute, guck nicht so, wir gehen heute Weißwedelhirsche jagen auf Mississippi Acres Makers und mal gucken ob wir ein paar Big Boys finden Ja Weißwedel auf Mississippi Leute, es ist nicht die beste Karte, meiner Meinung nach ist es die schlechteste Karte für Weißwedelhirsche Aber ich denke mir mal muss auch mal gemacht werden oder? Muss auch mal gemacht werden und ja Ich bin gespannt was wir schießen, also ich war sehr selten eigentlich fast noch nie Weißwedelhirsche jagen auf dieser Map Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wir haben auf jeden Fall die Ivan jetzt dabei, wir haben die Kerman dabei Die Kerman, ich finde es ist die beste Waffe, kam mit dem New England Update raus Es ist die Waffe mit dem krassesten Schuss Leute Also wirklich, da muss man sich wirklich Ohrenschützer anziehen Aber der Sound, der ist wirklich satisfying sage ich dazu Und ja, wir gehen mal zum ersten See, gucken da mal zu den ersten Gucken da mal nach den ersten Weißwedelhirschen und dann ist ja der ein oder andere Große mit dabei Meine Damen und Herren, wir sind beim ersten See angekommen Wir gucken hier mal, ich habe auch ein Zelt mitgenommen, damit wir hier direkt auch ein Zelt aufstellen können Warum finde ich Mississippi die schlechteste Map für Weißwedelhirsche? Oh, da hinten haben wir die ersten Es ist sehr, sehr dicht bewachsen Zum Beispiel hier vorne, da haben wir Seen, da muss man so schleichen Da sind überall Bäume, überall Gebüsche Genauso hier oben, da chillen die teilweise im Schilf drin Und es ist sehr, sehr schwierig im Gegensatz zu anderen Maps Und deswegen, also ich finde für Schwarzbären schlechteste Map Für Graufüchse schlechteste Map Für Virginia Wachtel am Ende bessere Map Weil es sehr, sehr viele schöne Felder gibt Da hinten haben wir die Weißwedel Oh, hier haben wir auch welche Hier haben wir auch Weißwedel Aber auf Mississippi habe ich meinen allerersten Weißwedel Diamanten geschossen Also deswegen, da bin ich Mississippi auf jeden Fall trotzdem dankbar Uiuiui, 249 Auch ein schöner, das wäre dann der, den wir als erstes rausschießen Also der ist schon, der ist schon hübsch bis 100 Kilo Weißwedel macht mir immer Spaß, die zu jagen Also Weißwedel gehören zu den Dammhirschen, zu den Rothirschen Zu den Füchsen, zu meinen Lieblingstieren im ganzen Spiel Und ja, ja, ich würde sagen, wir fetzen mal den lieben Herren weg Natürlich auf eine weitgerechte Art Oh, da kommen ja noch mehr Hier, seht ihr Leute, noch 100er Bis 221 Also das ist ein schöner Spot Muss ich ganz ehrlich gestehen Aber es wird, glaube ich, der hier Wir versuchen mal auf 150 Meter ranzugehen Der Eau de Parfum de Dior kann auf jeden Fall aufgetragen werden Immer sicher ist sicher, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist, glaube ich, der größte, Leute, wie viele auch Also der See, das ist mein Lieblingssee für Weißwedel Ähm, deswegen, ich wollte euch Machen wir das mal mit der Körmen Denn die Körmen ist Gehört zu meinen Lieblingswaffen Können wir eigentlich mal so schließen, oder? Jawohl, der liegt direkt Guckt euch dieser Rauch an Wie, äh, Dampflokomotive Und, äh, hier einmal der Nachladen Animation Also finde ich auch sehr schön Äh Ja, auf jeden Fall, wie er den Stab so reinsteckt Und wieder zurücksteckt Also jetzt macht er einmal Klick, Klick So, irgendwas tut er da rein Keine Ahnung Ähm Und den haben wir, den haben wir gut getroffen Also der Vorderlader, der gefällt mir sehr Ja, der andere, der hat natürlich, der hat eine größere Power Ähm, damit könnt ihr auch Easy Elche Der Hunzig, ähm, Vorderlader Aber ich finde, dass, ähm, dass, ähm, der hat halt weniger Kraft Mit dem könnt ihr nicht so richtig Elche schießen Natürlich, er ist auch geeignet für Elche Aber, ähm, sie fallen sehr, sehr langsam Also, da müsst ihr schon nah rangehen Ähm, Doppelunge, eines der schwierigsten Sachen Naja, hier haben wir den ersten Wai, yo, okay, die Kugel, die ist nicht durchgegangen Bis in die Lunge 218 wäre das, äh, gewesen Trotzdem, trotzdem ein Hübscher Aber leider, leider verschossen So, wir sind ins nächste Zelt Zelt, äh, Zelt gereist Äh, dort haben wir ein Weißwedelgebiet Und Hier Graufuchs Okay, dort ist das Weißwedelgebiet Das bedeutet, wir müssen etwas nach dort laufen Damit die auch, äh, schön spawnen Da, da sind die schon Vielleicht spawnen wir noch ein paar mehr Wir gehen mal hier vorne ans Ufer ran Äh, dort Haben wir keine Weißwedel Wie sieht's da hinten aus? Da nicht Aber jetzt schauen wir uns erstmal Hier die Gruppe an Da sollten jetzt eigentlich alle gespawnt sein Da haben wir Ja, ein Einser Okay, okay Also gewaltig nicht Aber da können wir dann mal Hier den Zweier Und Den Zweier hier mal mit der Ivani jetzt schießen Wenn wir das hinbekommen Ähm Denn rausschießen Immer gut Ich lass die Einser ab jetzt immer stehen, Leute Weil, äh, wozu braucht man die, wisst ihr? So, zack Und zack Perfekt Heia Bubu Wecker Wecker Heia Schlafi Schlafi Ähm Und wisst ihr, wenn ihr die Einser einfach stehen lasst Dann, äh, ist das ja nicht schlimm, wisst ihr? Äh, ihr habt viele Einser Größeres Spawn nach Und deswegen kann man Eigentlich kann man Theorie Ich hab mir überlegt, dass man das eigentlich fast bei jedem Tier machen kann Wenn ich ehrlich bin Man kann das eigentlich fast bei jedem Tier machen Das, dieses kleine Herdenmanagement, wisst ihr? Also wenn ihr einen Schwarzbären habt Oder so, okay Von dem gibt's den Great One Aber Wenn ihr einen Schwarzbären habt Warum? Die Vierer kann man gleich stehen lassen Wisst ihr, die Vierer braucht man ja nicht Und Deswegen kann man das eigentlich nebenbei Beim Jagen eigentlich immer durchführen Auch bei so Auch bei Graufüchsen zum Beispiel Dass man einfach die Dass man einfach die Vierer stehen lässt Und fertig ist die Sache Also mir ist nur so der Gedanke gekommen Ich mach das zwar nicht Also vor allem auch bei den ganz normalen Tieren Die keine Great Ones haben Äh, hier einmal Doppelunge Sehr gut Ähm, aber Und hier noch ein Zweier Aber theoretisch könnte Könnte man das Könnte man das eigentlich einführen Ähm, hier ist jetzt sonst nichts Deswegen Gehen wir oben zu den Gator Lakes Hier sollten auch Ähm Weißwedel sein Schauen wir da mal vorbei Okay Bis jetzt ertönte noch kein Brunftschrei Hier haben wir Alligator Aha Wahrscheinlich normales Olivgrün Äh, hier sollten eigentlich Auch Weißwedel sein Oh, ich krieg einen Anruf So Das geht mal gar nicht Aber Äh Wir sind wieder weg Also hier vorne Da haben wir ein Alligator Hier sollten eigentlich auch die Da haben wir Enten Die sind auch neu dazu gekommen Oder? Die Enten sind Da haben wir auch ein Oh, nur vierer Leute Ähm Hier sollten wie gesagt Eigentlich auch Weißwedel sein Aber bis jetzt sehe ich keine Also bis jetzt hier stehen keine Weißwedelhirsche Hier waren eigentlich immer mal welche Aber Vielleicht so ein Melanistischer Alligator Der muss eigentlich auch mal her Melanistischer Alligator Wir müssen bald mal auf Alligatorenjagd gehen Okay 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 Ein Weißwedel hat gecallt Ähm Mal gucken wo die stehen Die sollten hier eigentlich irgendwo In der Nähe sein Okay Von hier callt es jetzt Da war nämlich ein Männchen Aber der Wind Der steht halt schlecht Also da müssen wir uns ein bisschen ranpirschen Und hier hat man natürlich nicht den besten Blick Okay Okay Wenn der Wind gut stehen würde Dann easy Aber das tut er leider nicht Oh Da vorne steht einer Das ist glaube ich ein Zweier Aber Okay Also gehört haben die Gehört haben die uns noch nicht Da haben wir einen bis 85 Da haben wir einen 1 trivialen Und hier haben wir zwei Weibchen Scheinen keine besonderen Fällvarianten zu sein Dann werden wir wahrscheinlich den hier schießen Denn das ist der größte aus der Gruppe Dann komm mal her Stellen wir mal auf 150 Meter Da vorne ist der Dreh dich einmal um bitte Beziehungsweise auf 100 Meter Und der liegt direkt Das war denke ich mal ein Genickstoß Gucken wir uns an Hier haben wir den Weißwedel Schauen wir mal Ah Kiefer Okay Aber Kiefer zählt nicht zum Trophäenorgan 187 Von daher Verwertungsprüfung bestanden Okay Da vorne haben wir zwei weitere Da müssen wir ein bisschen schnell agieren Denn Sehr gut Auch bei der sollte beides Lunge sein Also mir macht es auch mal Spaß Tiere auf einer Map zu jagen Die ich sonst immer nur auf anderen Maps jage Wie zum Beispiel Weißwedel Die jage ich eigentlich nie auf Mississippi Hier haben wir einmal den bis 100 Kilo 95,49 Äh 85,49 Hier einmal die Lunge getroffen Denn ja es ist auch mal eine andere Erfahrung Wisst ihr ja als immer auf Revontuli Coast Dann macht es auch mal Spaß Äh Tiere auf anderen Maps zu jagen Und hier 184 Da haben wir auch einmal Die Lunge getroffen So es geht weiter mit einem auch sehr hübschen Weißwedel Nämlich da hinten auf 190 Meter ungefähr Äh den werden wir auch mal hier mit der Auf 190 Meter ist es besser Man nimmt die ein anderes Gewehr als die Körmen Weil ja die Kugel von der Körmen Die sinkt auch selbst bei 10 Meter über 150 0 Distanz Also wenn das Tier auf 160 steht Und ihr auf 150 stellt Da sinkt die Kugel schon sehr Und 190 da lieber ein normales Gewehr nehmen Da ist man so auf der sicheren Seite Hier haben wir den Weißwedel Hirsch Ein äh auch schöner 221 Ja okay Sein Geweih Er ist ein bisschen schief geraten Aber trotzdem hübscher Hübscher Weißwedel 221 Ladies and Gentlemen Das war es mit der kleinen Aber feinen Weißwedel Runde Ich bin jetzt hier nochmal zum Anfang gekommen Aber so ein Hunderter oder was Größeres Ist hier nicht nachgespawnt Ähm Einige laufen hier lang Können wir reinschreiben Ob ihr auf Mississippi Weißwedel jagen geht Also ja mein Favorite Mein Favorite ist es jetzt nicht Aber ja Abonniert den Kanal Auf jeden Fall Für täglichen Call of the Wild Content Und ja Macht's gut Das war euer Magic Fruit Dir bis zum nächsten Mal Ciao ciao Daumen nach oben Dann wird man euch Keine Ahnung Mir fällt nichts ein